. Nummer 19, Alineam Pitbull, Hamburg. So, wir werden zwei Punkte nach kurz die Plätze tauschen, vor dem wir den eigenen Reihenfolgen darstellen. So. Frontposition einlegen und nach vorne. Föbeldrehung nach rechts. John, weiter, weiter. Ja, perfekt. Föbeldrehung zurück nach rechts. Perfekt. Ja, perfekt. Föbeldrehung zur Seidensicht. Warte, noch drauf. Und nochmals, Föbeldrehung zur Wandensicht. Perfekt. Dankeschön, meine Herren. Wir wechseln den Aufbau. Ich mach mal kurz durch. Acht und neun bitte einen Schritt nach vorne. Wir wechseln den Aufbau. Wir wechseln den Aufbau. Zehn und elf, die für die zwei ergegen. Und die acht und die neun, berücksicht bitte auf den Rücken auf und auf die Leisungen. الجibet criminisch gut durch. Wir wechseln den Aufbau. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Wir wechseln den Aufbau. Rücken die mit dem Eintritt. Perfekt. Perfekt. Zur Seitensicht. Ja, super. Luft raus. Ja. Und nochmals eine Viertelkrieg zur Kampagne. Perfekt. Jawohl. Das war die Juniorex-Gesiebklasse. Dankeschön. Wir sehen uns. So, jetzt geht's weiter mit den Junioren in einer Viertelklasse. Jedenfalls eine Kategorie. Da haben wir auch insgesamt...